Ich könnte jetzt ein Cognac verdragen, auf den Schrecken hin. Sie brauchen es nur zu sagen, Hief. Ja, ich weiß, weil Sie auf Spesen kosten. So, Inspektor. Und nun wollen Sie mich sicher wegen Unterschlagung und Betrügerei verhaften. Bis jetzt haben wir über Ihren Fall noch keine Strafanzeige erhalten, Monsieur Max. Bei uns in der Schweiz muss alles seinen offiziellen Weg gehen. Falls es Ihnen gelingen sollte, den Gegenstand zu ersetzen, den Sie sich ausgeliehen haben, ohne dabei geschnappt zu werden, meine besten Wünsche haben Sie. Ich habe es ja gleich gemerkt, Inspektor. Im Grunde sind Sie ein Mensch mit Gefühl. Sind wir das nicht alle? So, bitte schön, Ecke Wette. Danke. Waren Sie wieder nach Paris zurück, Hief? Nein, Regine. Nach London? Vielleicht, wenn ich dort eine Stelle finde. Sagen Sie mal, können Sie tippen? Mit einem Finger.